Kommt, Lutsch mit der Eier. Und willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Ich hab das jetzt... Ich hab jetzt gescherzt. Das ist mal geckeln. Ja, ich könnte doch... Zwei noch machen, oder? Oh, zwei ist mein... Hm? What the fuck? Ach, Dschungelhosen. Wo hast du denn dein Entwil? Wo ist denn das? Mein was? Dein Entwil, wo das alles drinnen war. Na, mach mal kurz weiter. Wir haben bloß das ständige Suche von... 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 von meinen Dingen, ey. Wir haben bloß das ständige Suche von... 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 von meinen Dingen, ey. Boah. Jetzt haben wir es endlich gefunden. So, ich muss jetzt mal... das noch machen. Hab ich jetzt alles voll? Na, geht doch ausgelevelt. Geht doch ausgelevelt. Wurde mal Zeit. Äh, Moment. Was mache ich jetzt? Ich würde doch... Obsidianhaut machen. Ich brauche Obsidianhaut. Und zwar sehr viel. Und zwar... Und zwar... Was macht Kraftingrezepte. Wasserlauftrank. Brauche ich denn eine Haifine? Irgendein Wasserblatt? Na... Na... Naja, das könnte ich auch versuchen. Verlangsamt das Sturztempo. Oh... 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 Das erhöht dann meinen magischen Schaden. Eisenhautdrank. Kiementrank. Flinkheitstrank. Flinkheitstrank. Nein... Eier Obsidianhautdrank. Wasserblattenwasser. Also eine... Flasche im Wasser. Wenn ihr wisst, was ich meine. Flasche im Wasser. So... Dann... Erstmal hier. Das da reinmachen. Das... Das da. Tralala. Gogo. So, so. Tralala. Rumpst mir die Maus. Maner Wiederherrschung ist dann manchmal hier runter. Ah... Ich tue das Kraut hier rein. Verstürmt eine Aura auslicht. Nein danke. Ähm... Mit den goldenen Schlüsseln möchte ich eigentlich auch nichts anfangen. Ab in den Müll. Ich müsste doch Wasser... Haben, oder? Lass mal auf das hier gehen. Das ist Ameisen Kiefer. Ich nehme nochmal 20 mit. Oh... Oh... 15... 15... 15... Ah... Okay... Von den Facken habe ich genügt. Okay... Jetzt muss ich erstmal ein bisschen farmen gehen. Da muss ich nach... Hier gucken. Also... Da muss ich jetzt nach links... Äh... Nach rechts gehen. Ne... Nach links. Das war doch richtig. Nach links. Boah... Die Limane. Die ist so... Rockig. So viele Lebenskastralle brauchen wir. Ja... Na ja... Man fängt ja mit 5 an, oder? Achso... Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Ähm... 1... 2... 3... 4... 5... 10... Das sind ja immer... Warte mal... 10 Herzen sind das ja immer. Wie ich so sehe... Ja... Das sind ja immer 10 Herzen. 20... Und dann nochmal... Dann noch eine 0 dazu... 200... Müsste das stimmen... 200... Also... Wasserblatt... Wasserblatt... Ich brauche 30 Stück. Oh... Toter Geier. Mehr Wasserblätter brauche ich. Und wie habe ich jetzt gerade? Ja... Purzen. Ich könnte ein bisschen Sandblock mitnehmen. Pinky. Wie viel habe ich denn gerade mitgenommen? Diese sind hier 70. Ich brauche doch bloß 20. müh... Und... Ja... Oh... Na... Na... têm... directory... Hessen Dig... gut ich brauche mehr wasserblätter das ist ein stück habe ich ja weiß muss ich wohl dann die andere seite benutzen die ausrissung sieht schon mal ein bisschen rockig aus vielleicht habe ich mir überlegt noch mal ein paar hellensteine abzubauen wie viele hellensteine habe ich eigentlich gesammelt dafür stücke das reicht doch gar nicht aus ich habe 120 obsidian da kommen da kommt nicht viel raus so tante ist da hallo frederick dass wir gucken mir fehlen noch zwei eindeutig für mir zwei immer ein weiteres in dem mund box in dem mund mimi in dem mund oh man ich mache das nicht so abknerhaftig ich mache das so schon verschläuter haftlich nehmen im mond du zau ween Ja, vielleicht samm ich mal hier diese Fehler in meinen, sind ja gut. Oh, ich bin alt. Haha. Ich wollte ja hier oben auch noch was machen, ne? Wie würdet ihr die ganzen Inseln erkunden? Haha. Die Insel erkunden. Wer mich nicht so ne beschissenen... Ja. 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 Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Musse ich mir Holz abbauen. Ui! Ja. Ui! Ja. Ah, weil ich so nett bin. Ja, hier oben ist eine ganz andere Zeit. Ja, wir in die R. Der muss ruhig hierher kommen. La 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 la. So. Okay, das ist gekommen, ja. Und das ist für mich. Ah! Oh! Oh, schlapp mal ohne. diese pumpen sind scheiße da braucht man ein schalter ein kabel dann muss man das alles zusammen aktivieren naja man seit seitdem dafür gibt es hier dinge hier oben auf der insel dass man sagt ja ja dann ja dann bringt es mir doch mal bitte her ich habe hier Hey WTF, das kann doch nicht wahr sein. Das leckt mich doch fett, Alter. Boah, im Arsch, Alter. Wäre ja echt nett, wenn die jetzt welche von Pits mitmachen. Bin z.B. Hardy oder Bramble oder Piet. Habe ich hier auch was gegessen? Er kennt sich doch aus mit dem Mist hier. Haben wir auch hardcore gezockt. Ach komm, lasst uns hardcore zocken. Das mache ich dann später. Nur wenn einige es wollen, dann sollen sie ruhig mitmachen. Und alles was ihr braucht ist nur bloß eine PS3. Dieses Spiel ist aber verdammt teuer, Leute. Ah, weg mit dir. Nix. 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 Boah, WTF ist das hier oben dunkel? Alter, ich will doch noch eine weitere Insel finden. Aber hier ist doch nix. Warte mal, da muss ich aber mit Schmackes anlaufen und mit Schmackes und springen und fliegen, 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 ah Mama, da ist gar nix. Das ist definitiv nix, wie auch immer. Und ich weiß, wie ich das in ein Schwertbild komme. Aber dazu muss ich aber als erstes hier, lasst mich mal überlegen, Mama, lasst mich erst mal überlegen. Ja, ich muss den Hard-Mode freischalten. Das wird aber was erinnert, den Hard-Mode. Aber als erstes mal hier die ganzen Viecher, die mir verfolgen. Noch jemand, der mir noch jemand, der mir ins Gesicht sagen will, ja, ich bin dein Vater. Wohl ja nicht. Jede Pizze brauche ich doch nie. Oh cool, Sternschnuppe, Sternschnuppe. Das sind ganz schön viele Sternschnuppe. Ja, damit Wasserblätter brauche ich. Wasserblätter sind ganz wichtig. Oh. 16. Achso, Dreckblöcke mit. Dann kann ich ja auch rein. Ich bin engefucht beseitigt. Und hier? Das sind ihre Wasserblätter. Ah, da. Zweier. Ah, komm schon, Mama. Ich brauche noch eins. Das ist gerade Marco offline geworden. Warte mal. Nö, eigentlich bräuchte ich das nicht runter zu gehen. Ich habe da schon alles eingesammelt dort unten. Naja, ich kann eigentlich mit der geschmolzenen Spitzhacke hier was anrichten, oder? Warte mal, kann ich die einsammeln? Nein, ich kann es einfach nicht abbauen. Ach, gehen wir mal ganz kurz mal runter hier. Wir müssen ein paar K's sammeln. ... ... ... ... ... ... ... ... Drachen-Schädel noch ein drachenschädel man diese drachenschädel machen mir angst dauer ich gehe gleich wieder nach hause wollte eigentlich nicht hier so lang bleiben also als verkehr ok so kori ich muss dann noch zwei behausung machen oder was das war knapp stern schnuppen sind mir jetzt wichtig ich könnte da vielleicht auch eine laser kanone bauen klug nicht mehr da muss ich ihm das mal ganz schnell hintergehen zum ozean zu rasen stört ich habe sehr viel stern schnuppen die Wow. Oh, das tut mir leid, äh, Fledermaus. Wui. So drüber. War's gut, Schnapper. Oh, Drachen, Schnapper. Oh, ich bin zu overleveled jetzt hier, oder aus, richtig schon bereit für diesen Fleischwand. Ja, das war gerade ein Goldfisch. Mann, hier sind aber eine Menge Sonnenblumen. Oh. 20 ausgezeichnet und extra weg hier tschüss was der goblin armee nähert sich von osten what the fuck schon wieder man diese ging mir jetzt schon auf den kekse warum nähert sich eine goblin armee am ost mama ich hab angst ja die goblin armee ist da ja leck mich doch fett alter am arsch ja 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 da sterben was wollt ihr alle hier gibt es nichts zu bestaunen fuck alter leck mich doch alter da sterb hexer lassen wir mal eine goblin armee rein machen mama man weg von meinem haus hier morgens hey raus ich hab gesagt raus Mongos Meine Fresse Ja toll Vielen Dank ihr Idioten Ich muss erstmal hier weg von diesen Er sagt Nee Marsch So wenn jetzt noch irgendeine Goblin Armee kommt Boah ey das ist zum dritten Mal ey Zum dritten Mal Marsch Ha ha von hinten ha 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 jetzt kommen jetzt noch welche da sind doch noch welche euch geht es gut hier war ich muss das hier noch erledigen oh jetzt habe ich versehentlichen man hat angetrunken den wieder wiederherstellungstank von mann ne 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 boah what the fuck halt wie viele davon habe ich jetzt schon bereits er kann ja verkaufen Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns danach, beim nächsten Let's Play von Terraria. Verdammter Bossfight.